Stellt euch vor es gibt in Ulm kein Bundesliga Basketball mehr. Kein Spitzensport in der Region, keine faszinierenden Spiele, keine Ulmer Kubak Hölle, keine Emotionen und keine jubelnden Fans mehr. Alles einfach so vorbei. Würdet ihr es nicht auch vermissen? Mein Herz schlägt für mich. Für Ulm Basketball. Gebt auch ihr, dem Ulmer Basketball, eure Stimme.